Willkommen hier zur vorletzten Partie am 14. Bundesliga-Spieltag. Dortmund gegen die Wölfe. Fummler ist auch noch dabei. Das finde ich sehr schön. Den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ich finde es generell immer gut, wenn die Schiris so schön sich abwechseln. Wir sind ja mittlerweile bei elf Schiedsrichtern, die wir in unserer Online-Bundesliga schon mal in der Pfeife hatten. Und zumindest so die Hälfte. Die Hälfte, die sieht man noch regelmäßig. Heimo beispielsweise, der ist natürlich degradiert worden. Das war einfach viel zu schlecht. Ihr könnt trotzdem gerne mal tippen. Was glaubt ihr denn, wie endet das FIFA-Match? Die reale Partie. Und gibt es einen Elfmeter? Und ist diese berechtigt? Ja! Das war mal eine Mega-Flanke. Die war cool. Und gibt es vielleicht eine Situation, wo man hätte Elfmeter pfeifen müssen? So, wir sind jetzt bei Match Nummer 8. Bisher gab es sechs Elfmeter. Wir sind unterm gewohnten Durchschnittmucke. Du musst jetzt zwei Elfmeter nachlegen. Ja, hier. Da hättest du schon einen geben müssen. Ui, ui, ui. Da hat er Angst. Ja. Boah, gut gespielt. Ui, wichtig. Ja, faul. Fum, ja, hallo. Du weißt, der steht auf Körperkontakt, ne? Ja, den lass auch laufen. Ja, du brauchst auch wieder eine rote. Ja, das stimmt. So. Ich möchte dem Fummler hier natürlich auch gerecht werden, ne? Da war mir klar. Der ist doch weg. Ui, ui. Das habe ich gerochen. Das gute Riechorgan wieder. Ja, ja. Ah, schwach. Der Kameramann. Ja, der Wetter kriegt wohl jeder mal was auf die Schnauze. Boah, ist das ekelhaft. Ui, ui, baah. Also, wenn sowas feiert, der muss die Dislike werden. Also, jetzt, ey. Hört es bei mir auf. Meine Güte, leckt mich doch am Zippel, ey. Puh. Ui. Hoho. Jetzt geht der Zau kaputt. Ey, da fummelt der Ball dran vorbei. Das gibt's doch nicht. Sag mal, Brooks, was machst du denn da? Ich brauche hier jeden Mann vorne. Ja, jetzt fehlst du natürlich hinten meinen Schätze kennen. Wuchse schnell. Da ist er. Der ist tatsächlich wieder hinten. Ich glaube es nicht. Ja, Fummler ist sehr gut. Das war wirklich zu viel des Guten. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Röchte. Ne, 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 ne. Ja. Ja, okay, Fummler. Hab ich genau so gerochen. Ach, da stand ja keiner mehr. Der ist nämlich zurückgelaufen, der Vollidiot. Ei, scheiße. Oh. Ja, richtig, abpfeifen. Oh, Mann. Boah. Halt du mich, jede Scheiße. Meine Güte, nee. Also Dortmund mit mehr Spielanteilen. Abseits. Gut so. Ja, ja. Nee, 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 nee. Komm. Oh, der ist ein bisschen hoch. Ein bisschen. Ja, und der ist so ein bisschen doof. Nee, nee. Ja, hier. Oah. Alter. Ei, 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 ei. Oh, bitte mit dem Gesicht. Na komm. Oh, Rot. 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 Der fliegt. Nein, nein, nein. Der fliegt. Nein. Nein. Das muss doch eine rote sein. Also was muss man noch machen, um eine rote Karte zu bekommen? So, wir haben noch 45 Minuten Mucke für 2 Elfmeter, ne? Ja, ich will mal zählen, dass du einen verursachst. Ich möchte auch mal einen haben. Na komm. Oh, scheiße. Ja, der Play muss ja sein. Oh, der ist da so viel zu kurz. Ja, gut, ne? Hä? Ja, was hast du denn, ihr da? War ich da echt dran? Ja, sicher. Für mich sah das so aus, als wenn ich dich einfach ins Ausgeschubst hätte. Ja, du bist ja auch brutal. Quatsch. Ja, natürlich. Hör auf zu lügen, hier. Wer verursacht denn hier die ganzen Elfer? Wer kriegt denn hier die ganzen roten Karten? Ja, wer kauft denn die ganze Zeit die Schiris? Ach, Quatsch, doch nicht den Fung, ne? Ach, hier, schau wieder hier. Rote Karte und Tschüss. Scheiße, echt jetzt? Echt jetzt? Gut gemacht. Echt jetzt? Ja. 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 Ja, den hast du jetzt aber weggehauen. Scheiße. Ja. 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 Ja, der fliegt doch weg. Boah. Der fliegt nicht weg. Gut gerettet. Boah, schwach. Überhastet. Ja. Ja. Ja, habe ich genau so gesehen. Mhm. Ja, gut so. Oh, nee, das war ihr Leben da. Erstmal weg damit. Ja, 11 Meter. Nee. Ja, 11 Meter. Ja, komm, der Straubbob wurde länger. Oh. Haha. Scheiße. Ende der Flüter. Uuuuh. Uh. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Handelfer! Doppeltelfer! Oh, du bist so eine Pfeife! Nicht gesehen! Schulz! Brooks! Och, alter! Und jetzt kommt wieder so ein... Ja... War mir irgendwie diesmal zu riskant, ich weiß auch nicht. Ja, der riecht ein Eigentor! Komm Castells, verliere ihn! Ja, Hummels, du bist einfach zu langsam! Ja... Oh, Bürki, lass doch eins... Ja... Wie oft kannst du denn hier wechseln? Wenn man nach Halbzeit eins nicht gewechselt hat, dann kann ich ein bisschen. Ey, Bürki, hättest du den jetzt angefasst, ne? Okay... Ups... Ja... Boah! Wer ist da drin? Ha, 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 ha! Boah, gibt's doch nicht, ey! Na, gibt das mal ne rote? Ja... Ja... Und ne Elfmeter? Nein! Boah, was?! Das war doch Elfer! Naja... Hatschi! Hätt ich mal nicht Hatschi gesagt! Ja... Hätt ich mal nicht Hatschi gesagt! Ja...